Also, hörst du, erste, dritte Pause. Ich habe schon ein paar Interviewparten gehabt. Munchi-Schatz? Munchi. Für den Munchi. Für den Munchi. Wir geben das dann im Zug. Ja, warte, du kannst den Heiratsantrag nachher machen. Also, wir sind immer noch in die Pause. Er macht dann nachher Munchi einen Heiratsantrag. Gehst du morgen auf Davos? Ja. Ah, genau. Du weisst, der Munchi kommt so mit. Der hat auch immer viel trinkt. Er hat etwa 14 Halsdücher an, weisst du? Ja, der wird mitkommen. Der kommt mit, genau. Aber jetzt... Du kommst schon mit. Nein, eben nicht. Ich muss von daheim aus alles steuern. Ich frage mich nicht was, aber ich steuere sie einfach. Eben, jetzt, heute, wie viele haben wir mittlerweile? 2... 2-1 für Longlow. Cool. Jetzt hast du aufgepasst. 2-2-1 für Longlow. Aber, du bist noch ein wenig schlecht im Licht. Heute, so oben, denkst du, so nach dem ersten Ritual... Longlow sollte gewinnen. Sollte gewinnen. Ich habe ein paar... Du musst gewinnen! Sogar. Ich habe ein paar Resultate bekommen bis jetzt, was sie tippen. Was würdest du tippen? Ich weiß nicht, ob das drunter ist gewesen oder nein. Du musst noch mal dein Papst geben jetzt. Ja, äh... Ich sage... Ja, Longlow macht noch etwa 2. 4-2. Dann haben wir schlussendlich als Schlussresultat... 4-1. 4-1. Würdest du sagen, am Schluss gibt es jetzt 4-1? Gut. Du tippen hast geschrieben, sie hat zwar 3-2, 4-2, 5-2 und 6-2 und du sagst 4-2. 5-2. Wir machen es heute mal seriös, das Ganze. Ja, ich sage etwa 4-2. Ah doch 4-2. Du schliessest ihre Meinung von den anderen an in dem Fall. Ja, weil... Weil es der Kerl gesagt hat, nämlich 4-2. Nein, nein, nein... Weil es wegen Kerl gesagt hat, nämlich 4-2. Nein, nein, nein. Weil es wegen Kerl gesagt hat, 4-2 sind jetzt... Nein, nein. Nein, weil Reis machte sie zum Rettler. Du darfst aber nach 15 noch eins machen, wenn sie jetzt so ist. Dann musst du die 15, musst du dem Kriegel anschliessen. Nein, ich schliessen mich nicht, wenn der Kriegel anschliessen. Als du schliessen willst du ihm den Kerl an. Weil Reis machte sie zum Rettler. Eben, der ist nach 15, als wie der Kriegel gesagt hat. Oder doch, 4-2, was willst du jetzt? 4-2. Du bleibst mit dem 4-2. Gut, warte. Sorry. Nein, ich skippe ihn noch. Weil das... So knapp kommen wir nicht davon. Es wird auf jeden Fall noch Spannende denken. So, bist du im 2-3. Du auch draußen. Dann schauen wir dann schon weiter. Ich frage dich noch eins. Weil... 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 Freiburg ist die drum... Giftig. Weil sie haben mal gewonnen, da so... Ziemlich am Anfang, heisst du den ersten Willen. Ja. Sie haben da immer gegen andere so hoch gewonnen. Und darum geben wir heute noch eins. Du gibst noch eins. Gut, also. Im 2-3. Frage dich jetzt noch eins. Ja. Wenn du noch eins machst. Was trinkst du heute? Glühwein, Glühwein. Glühwein. Und? Kannst du weiterempfehlen? Ja. Weiterempfehlen. Gut, dann nehmen wir auch noch Glühwein. Ursul, Mond... Ah, Davos. Dein Monds Davos. Was denkst du, Monds Davos? Ja, da... Da verlieren sie alle. Da verlieren sie? Ja, weil... Wird schwierig, heil? Ja, weil... Davos ist... Schon ein wenig stärker, heil? Wie viel würdest du dir sagen? Schau mal schnell so resultatmässig Davos. Ja, sie machen auch... Sie machen auch so etwa 2. 2? Wer? Macht 2. Davoser. Also gibt es 2-4 für Langnomon, würdest du dippen? Was? 2-4 für Langnomon, die 2 machen. Ja. Ja. Aber sag, meinst du, Davos gewinne ich? Ja, Davos gewinne ich. Ja, wer gewinnt jetzt? Es ist 2 gesagt, wir machen die 1 und die anderen 4 machen und die anderen 2. Und 2 auf 4, dann gibt es 6. Also, wer macht jetzt die 6 Goals? 11. Ich? Was? Äh, du hing, macht es 6 und du sagst also... Was? Du hast gesagt, 2 machen sie, die anderen machen aber 4. Wie viel gibt es noch? 2 auf 4? Ja, was? Davos. Ja, genau, Davos. Also, was ist eigentlich der Tipp? Du hast gesagt, 2 machen sie, aber ich werde immer noch nicht 2 genau machen. Äh... Morn, meinst du? Ja, ja, ich rede von Morn. Heute spiele ich mir nicht gerade Davos. Du sagst also, Morn, 2... Langnomon macht 2 oder Davos macht 2? Langnomon macht 2. Und Davos macht... Ja... Ja... Ich mache alles. Das für 5. Also, 5-2, ey, wir sind 7. 7-4, gut. Nein, 5-2 für Davos, Morn. Ja. Ja, die anderen haben gesagt, ich habe glaube ich 4-2, aber wir schauen mal. Schauen, wer recht hat schlussendlich. Davos ist stark. Gell? Darf man nicht unterschätzen, die Keibe. Gut, hörst du? Aber es kann ändern, weil... Du bist positiv eingestellt, das ist die Hauptsache. Es kann ändern. Ja. Weil... Weil wir die Pfotwissen gleich abfeuern, muss ich mal abtreiben. Weil es kann ändern. Was kennen Sie? Was kennen Sie? Das Wetter? Nein! 2-5. Ah, doch nicht 5-2. Es kann ändern. 5-2 verlangen noch in diesem Fall, Morn. Nein, ich meine... Ja, ja. Es ändert irgendeinig alles. Aber... Morn gehst du auf Davos, das ist die Hauptsache und das ist lustig. Gut, du schaust, dass der andere nicht zu viel trinkt. Du weisst, welchen, gell? Stations-Tag, gell, Morn? Ja, aber du weisst schon. Ja, wir wissen zu spät, ja, wir sagen es niemandem, dass jemand fährt, dass es ein bisschen viel trinkt. Hey! Aber... Deiner... Popo kommen gut durch, ne? Sicher. Das freut mich, das ist gut. Kannst du sagen. Kannst du sagen? Also, auf welcher Seite gehst du die Foto hochschauen? Sag, du machst noch Wert für mich, aber ich sag nicht mal auf welcher Seite, dass du gehst geschauen. www.i... Äh, warte... D-I... J... D-J... Schon nicht schlecht, ja. Und nachher heißt... Es Minus... D-J... Minus... Äh... Streich heisst. Ja, das haben wir auch gesagt. Binderstrich, ja. Und nachher... T-R-O-J-A. Ja. D-J-Troja.ch Gut. Und Freude, ich bin dir das Foto gefallen. Gut. Jetzt wollte ich fragen, wie lange bleibt das drücken? Ja... Lang? Darum... Das wollte ich einfach fragen. Ah, gar ins Interview gehen. In diesem Fall drehen wir hier mal ab. Nach dem zweiten Pause, wir führen die Pfoten ab. Also, hörst du... Du siehst also heute... Du siehst also Hüüültes... Resultate... 4-2. Sehst du, wieder ein 4-2, das hat der Hüültes gesagt, du siehst. Wir bleiben ja bei 4-2. Der Kerl hat zeigts, Hüültes hat zeigts, du hast zeigts, du hast zeigts... Jooo... 4-2 verlangen o... 4-2 verlangen o... Wir können ja mehr. Wie viel siehst du heute? 4... 4-2 verlangen O... Wir können immer mehr mit farbiger Tränken... Du siehst, ich viel verlangen o... Ich sage 4-2. 4-2? Wieder ein 7 mehr. Du sagst? 7-1. 7-1. Gut. Positiv. Und du sagst? 5-6. 2-1. 3-1. 3-1. Haben wir auch schon gehabt. Und du noch? 4-2. Gut. 4-2 ist am meisten durchgekommen. Wir nehmen heute die 4-2, sagen alle erfahrenen Langnau-Fans. Gut.